Hallo, herzlich willkommen in unserem neuen Verkaufsobjekt in Zwistal-Odendorf. Es handelt sich hier um einen klassisch geschnittenen Bungalow, voll unterkellert mit Solaranlage auf dem Dach. Für wen ist denn diese Immobilie geeignet? Einmal für Menschen, die hier ihren Altersruhesitz schaffen wollen oder für einen geschickten Handwerker. Denn hier in der Immobilie sind noch einige Dinge zu renovieren. Ich stehe gerade in dem großzügigen Wohn-Esszimmer und daran angrenzend haben wir einen Wintergarten mit Marquise, der natürlich ideal ist in den Übergangszeiten. Und durch diesen Wintergarten gelangen Sie in den sichtgeschützten Innenhof, in den Gartenbereich, den Sie natürlich schön nach Ihren eigenen Vorstellungen gestalten können. Über die Diele erreichen wir einmal auf der linken Seite die Küche und auf der rechten Seite haben wir ein Kinderzimmer, welches aus zwei Zimmern zusammengelegt wurde. Wir haben dann das klassische Elternschlafzimmer und das zweite Kinderzimmer. Und eine Besonderheit haben wir hier noch, denn das Badezimmer wurde schon seniorengerecht ausgestattet, modernisiert. Das heißt, wir haben hier schon eine bodengleiche Dusche. Und im Keller, da gibt es auch noch eine Besonderheit und die schauen Sie sich jetzt bitte selber an. Wenn Sie diese Immobilie besichtigen wollen, rufen Sie uns einfach an. Weitere Informationen finden Sie immer zuerst auf unserer Webseite bei evd24mobilien.de und auf unseren bekannten Social Media Kanälen. Die wichtigsten Kontaktdaten unten im Text. Mein Name ist Martin Kausch von der Firma Schäfe Immobilien GmbH aus Rheinbach und ich freue mich auf unsere gemeinsame Besichtigung. Bis dann!